aber wie die gelaufen sind überlegte das mal wie sind da gerade gespawnt und stimme vorher werden einfach hingerannt also weitergerannt was für ein zufall das war dass ich ja da sind die exakt in unserem sport ich hätte ihn so gerne headshot gegeben bleiben nicht ruhig stehen nicht eine millisekunde und ich glaube das ist sehr häufig mein fehler weil ich öfter mal einfach stehen bleibt ja ich hab so hin und weg sie hätten nur wirklich eine sonne halbe ich könnte maschine bleiben müssen ich hab abgedrückt aber ich auch und da dachte ich mir kommt der bleibt nicht stimme vorher runterspringt probierst du wenn er reinläuft aber dann hat er so wollte gerade reinlaufen genau eine sekunde ist wieder rechts weil das ist ich treffe die nicht selbst zu kommen selbst bei sowas keine chance ich treffe und wie die uns teilweise einfach ein headshot drücken während sie vom gebäude springen und zu 60 machen und wir auch im zahltur machen geben so ein zahltur machen statt geisteskrank wir sind so inkompetent zwei leute zielen auf den kopf der steht einfach da und geht einfach nur hin und her aber das war krass er hat geworfen und hat mich aber sofort insta gekillt und ich hatten ja getroffen also irgendwann muss er sich auch noch gehielt haben und wenn man sich selbst hielt dann dauert es eine gefühlte ewigkeit ja der hielt sich tut dieser move dann schmeißt er was und statt einfach rechts um die ecke zu laufen springt er mir direkt von oben auf den kopf und aber direkt mit fächern also nicht mehr überlegt oder so sondern als als wäre refeiernd um die ecke gesprungen weißt du springen und einfach mal feuer ohne zu wissen ob du da bist das war ja das geht das also irgendwie die drei schnellspiele das waren alles absolut kranke jungs der erste sowieso ich habe nie gesehen hat einfach immer geschossen von irgendwo ich weiß nicht wo ich habe nie gesehen erst wo ich gestorben bin das zweite war auch krass okay da habe ich den einen gekillt aber der andere messert mich einfach ne fährt mir einfach hinterher mit dem messer und ich raff es nicht das dritte okay dabei war einfach scheiß scheiß ding weil einfach durch den ganzen sumpf rennen und neuen raben und enten alle mir das war klar dass ich zerstört war aber aber auch da ich habe dann schon immer mit einem auge so geguckt dann war der schluss direkt vor mir und ich denke mir what the fuck von wo und instant tot und da war er direkt vor mir irgendwo laut äh kill view also laut dem pfeil laut wo man nachgucken kann von wo man gekillt wurde stand er direkt vor mir ich habe nicht gesehen also auch hardcore okay und jetzt sind die früh fallen vom berg springen geisteskrank also gerade erwarte ich jeden scheiß von hand wo mann wo sind wir denn jetzt eins wo ich glaube 180 weit weg oder direkt nach etwas weiter weg und dann müssen wir nicht zu 1 ist richtig dumme situation gerade hier also vom lasst uns trotzdem zu denken ja also pass auf wir könnten vielleicht warte ich höre einen feuerteufel weiß nicht ob aktiviert ist oder nicht er wäre aggressiver glaube ich da ja ich sehe es bleibt ruhig bleibt ruhig wir sind gerade richtig dumme situation jetzt näher ran das ist ein feuerteufel rings sind die drinnen oder was das der boss deswegen ich gehe rein kommt bei dir mit einer ist draußen war einer war da hinten draußen war einfach anderes team anderes team ich bin oben bist du ja okay die hier in die bauty leute haben schein ich habe schon headshot gemacht aber der würde schon wieder reanimiert haben ich bin oben ich bin oben ich bin oben ich bin oben direkt hier vor mir direkt vor dir ob einmal getroffen wow fuck was von hinten was und hinten irgendwo sonst gerade nicht so richtig vielleicht von draußen oder ich komme ich komme ich komme hat eine shop ist hier reingelaufen ich habe ihn getroffen ja er kommt deck mich kurz gut gemacht gut gemacht ich muss nachladen kannst du ja übernehmen muss den konsulten weil ich kein medic mehr es ist noch so wissen gar nicht mehr im bereich haben wir uns gegenseitig gekillt oder hast du den gekillt hast du gekillt neueste hat eine romerunhaus trotzdem lol der der trüschte einfach mal mit einer mussten da kann scharf jetzt also ich gehe mal davon aus dass die zwei in einem team an ja ja ich gehe auch davon noch aber wie er da reingelaufen ist so bald stuhr eigentlich es weiß ist es was als ob wo es dann ist baut die team es ist rot es ist rot ich habe wieder hoch auch mal hier die dinge und nicht von hier draußen glaube ich aber das jetzt ist baut die team nee oder nee nee also ich sind hier rein wow was bei dir und ich habe keine ahnung von wo ich glaube schon wieder von draußen glaube ich dran es ist gar nicht die spinne ne okay interessant ich mache hier mit die ganzen lichter aus die hat kaputt ich mache mal auf oder mache ich da mache ich nicht auch schon reinschießen ist du mach mal tragen atem und das ist dann warte ich noch mal geht es aber ich mag eigentlich gerne meinen stutz halt wieder haben ja ja stimmt es ist weiß es ist wieder weiß es ist vielleicht ein sniper draußen naja oh oh der hat durch diesen eingang da geguckt und hat mich getroffen okay das ist ein hardcore sniper digga ultra gut der typ also lauf auf keinen fall oh ich habe hammer nice lol durch dieses ding da ja da liegt noch ein hammer ja da war noch ein hammer drin ja da war noch ein hammer drin ja da war noch ein hammer drin na komm ja draußen na ja hier ist nochjem ja die schicht er steht und steht das steht das steht das steht das steht das steht die gleich tot und lecht until das nicht raus ich muss verteidigen das war jetzt schlechtes zweimal das hätte mich fast gekillt es wäre typisch wir gewesen dass sie jetzt pushen eigentlich mal jetzt gab es ja habe ich mache jetzt vor sich daran ist nicht angeschoben ein fenster oder war da war da war noch sehen ich da was eingeworfen ich muss mich kurz hielen achso du auch warte hehl du dich zuerst okay ich hiel mich die entdeckung okay ich bin auch ich muss noch spritzer reinhauen ich habe das das leben nice soll ich ihn anzünden kannst du ich habe so angst wegen fenster weil die echt gutes und wo kam die keine ahnung da wo wir glaube ich vorhin mal warnt ein bisschen der tut fallen setzen das war ich habe zwei fallen gesetzt aber es ist gefallen also wenn du gegen gericht hast vielleicht einfach hinten bei den fenstern ich habe noch eine laterne falls pass auf wenn sie jetzt an fenstern ich weiß nicht ob man rein schießen kann was ist laut digga steppe bei dir rum oder das bin ich achso wenn dir ihr stückes bäum weg ist sagst bescheid steppe bei mir Wer ging angezogen? Ja, er brennt. Er ist Richtung 45 Grad. Also direkt vor uns, oder wie? Also könntest du dir die Bounde holen. Ich glaube, er hat hier durchgeworfen. Ok. Ich habe leider keine Fernkampfwaffe. Ah ja, stimmt. Da kann man durchwerfen, das stimmt. Er hat anscheinend einen Fernkampf, ja? Ja, er schon, ja. Aber sein Maid brennt ja, das ist ja schon mal etwas, ne? Ja. Warte, wo ist die andere Spinne? Lol, wir haben keinen Ausgang bei uns. Nö. Die Tür habe ich gemacht. Nicht erschrecken. Boah, Alter. Das war richtig egal. Der Blick, das hätte jetzt gerade mehr tot sein können. Ich wollte links rum zu dir rennen und da war es ja diese offene Tür. Ja. Okay, der Jäger muss ausgebrannt sein, oder? Ja. Der ist ausgebrannt. So. Jetzt entweder wir pushen den jetzt, dann können wir ihn mal sicher verlieren. Ja. Guck mal, wenn wir wissen, wo der ist. Ich guck nochmal. Ja, der ist ewig weiter hinten. Aber wieso da? Also laufen wir einfach zur Eisenhütte dann ins Gefängnis. Aber wenn der so auf Entfernung geht. Klar, logisch. Verständlich. Ich habe ein bisschen Angst, dass das so außen auch alles Loot, alles up-aimt kann. Wir müssen da erstmal runterkommen. Boah, fuck, ich bin so doof. Aber ich habe ja Gegengift. Schau nochmal nicht, dass ich ihm jetzt in die Nase renne. Okay. Angst, 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 Angst. Lass uns hier durchlaufen. Okay. Kann ich gebrauchen sogar. Hunde. 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 vor uns 270 200 die da sind zwei stücke ich bin tot ich kann mich gerade keine chance ich hab grad ich hab null deck und gar nichts mit der mosin keine chance schaut dass sie nicht auf dich gehen da vor dir ruhig 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 links und jetzt den anderen pushen ruhig ruhig ja da ist noch einer gewesen ich hab's gesehen deine schatten sich war meine schatten sich ich habe keine zeit zum bluten habe ich muss mich hier und medic wäre schon noch geil muss ich zugeben auch da kann man sicher looten glaubt schwammbombe und dynamit hat ihn getroffen ja scheiße tun wir den ein jetzt pushen weiß ich nicht ich muss erst mal checken hier hatte das nachladen alle viele lebenspunkte fehlen wir bei der kurze einer ich schaue schnell wie nah ist er ist ewig zu weit weg das ist halt mein problem na okay dann dann laufen wir weiter kann kommt nicht schauen nicht piken ich dachte erst weit weg ist er auch der snipet ja der trifft auch richtig gut das ist mein problem noch einer noch hier eine ich schaue auch schnell also ein loll wie es ist da einer auch was machen die anderen ausgehen lassen bei der spinne ist noch leute meinst du das waren die frauen die typen das machen man jetzt also hier im wald ist richtig kacke für uns haben wir brauchen gebäude ist einfach nix an paris ist die sich aber nicht in die wolle kriegen die anderen zwei gibt es nicht ich habe dann nicht mehr durchgeblick muss ich zugeben du bist viel schneller wie ich werde sterben warte auf mich nein ja war die bärenfalle da ist eine falle bei der bei dem fenster kommt man überhaupt rein aber normal schon aber wir können die auch woanders hinstellen da ist kommen wir kommen glaube ich ich kenne mich in null aus ist mein problem hier könnte man mal rein oben wäre glaube ich geiler zum verteidigen ja gehen wir hochkommen wie viele blick hast du noch zwei oh scheiße das fenster ist gefällig da ist ein muni was du brauchst die fenster alle ich raste aus es gibt keine fenster lehnen oder doch ich schaue mir hier die ganzen laternen aus und nicht dass ich was reinschmeißen dann brennt ja alles also alle bei uns waren sogar die bauty leute von oben sind anscheinend runtergegangen ja was ist meine runde oh shit ich habe noch zwei sich nicht los du zwei also wir haben zwar auch gut kilder wir sind auch oft gestorben mit zwei ich glaube ich die sind runtergekommen die anderen sollten ja ja klar logisch wenn man hoch die raune da oben raus zu rennen wenn die sich in die bolle rennen will kriegen das ist so nice wenn das überhaupt noch andere teams sind oder ob das nur noch einer ist aber einer vom gegner team müsste es ja sein oder also einer safe oder meinst du es waren zwei solos das kann fast nicht sein oder ne der hat ihn gelöscht ne der hat ihn gelöscht ich würde meine sicht nicht verschwinden eigentlich solange ich sie gar nicht höre naja ich habe das gefühl dass sie irgendwie fern sind alle ja das ist ja das problem die aimen die ganze zeit alles ab und so sterben wir die ganze zeit wir sind jetzt eigentlich ganze zeit also klar krass dass du die so weg gemacht hast dass das andere team ich hatte null chance du hast gesagt da ist jemand ich habe hingeaimt instant schuss abgekriegt und ich konnte ich hatte keine deckung ich war offenes feld ich habe gehofft dass diese eine baumstammendeckung bringt aber keine chance da hat mich dann irgendein anderer gekillt hier fühle ich mich relativ safer von hier keiner kommen kann da auch nicht eigentlich können sie nur von links oder von vorne kommen da habe ich alles überblick durch das das sind alles echt sniper ding oder was die jagen und reglechten sniper ne mhm das weg können hat ja auch nicht gebracht bei uns die man anders davon abgehalten hat sonst hätte es vielleicht gebracht weil ich glaube der ist mit der sniper relativ langsam hinterher aber ein solo muss es hier sein ein solo muss es irgendwie sein gefühl da ja eben nee oder der restliche und nochmal ein zweier team nochmal ja ein zweier team und er bei einem da hast du mir das ein mate verbrannt ja was eigentlich aber das dich jetzt die sich in drei Leute draußen sagen die sich nicht in der Wolle in der Wolle kriegen das wäre schon mal sehr hilfreich das kann ja zu baut die geht auch das kann ja zu baut die geht auch was gibt es ja nicht das wäre für kranke jungs die die spinne machen und dann runter kommen aber vielleicht waren es die die du gekillt hast weil die so so uns abgefangen haben irgendwie wieder absolut perfekt als ob da jetzt keiner kind ich kann mich halt auch nicht einmal mehr healen ne ich kann mich noch einmal healen ja riskant sehr riskant wie viele sichten hast du noch zwei haben wir doch schon gesagt äh ich hab's wieder vergessen ich tu mal hier unten ne Gift wenn okay dann weißt du wenn hier einer kommt okay okay ja krass geht's ja ich weiß noch nicht ob man das sieht ob ich es hinter der Tür hin machen soll oder ob ich es direkt hier bei der Treppe hin machen soll weil der würde ja rein sneaken das würde ja ich würde bei der Treppe dann höre ich es auch wenn es entschärft ich höre es einfach dann mache ich es so Mitte der Treppe oder so ne ja ne ich mach es schon unten ich hoffe dass du das hörst das kann schon dann direkt hier naja passt weil es jemand kommt mal ist es man da sind wir eh schon so oh okay so mal einmal gucken das ist nur einer vielleicht das ist der Solo ich guck einmal okay ja okay nichts ganz oft jetzt mhm aber das war vorhin auch nur einer und wir sind weglaufen und plötzlich war das zweite Team vor uns wollen wir jetzt einfach mal wirklich hochlaufen zum anderen Bounty naja da ist aber weil ich glaube wenn wir über zur Eisenhütte laufen dann werden wir den definitiv von irgendjemanden zeitlich abgefangen oder glaube ich das ist doch mal so oder ja Law Station oder Golden Field oder Schweinefarm erstmal so ist sicher aber da guckt der holt wirklich nur eine Bounty ne und der läuft raus ne ja der läuft raus ja wir könnten da zum Wagen zur Schweinefarm das zum Wagen ja genau dann rennen wir über Wagen zur Schweinefarm ja das ist in Richtung hier okay das Richtung 15,30 ich kann jetzt nicht über die Giftfalle laufen ja aber ich habe Angst dass er einfach Sniper hat um echt weiter zu gehen ja ja ich glaube auch ja ich gehe davon aus wir müssen davon ausgehen dass wir weg gesniped werden oh Gott nimmst du die Falle mit? ne lass dich liegen gut 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 boah alter digger ist das dein Ernst jetzt wäre es interessant ob das wirklich vielleicht der eine war der uns verfolgt hat das Sniper oder? 100 pro dass da das Sniper schluss kommt ich bin mir so sicher ja ja ich warte schon richtig drauf auf den Schuss muss ich sagen während wir looten 100 pro während wir hier looten hier ist alles viel gelootet worden ja jetzt kommt der Schuss alles wäre das wäre das wäre dann aber auch für die what the fuck ja hier kannst du dich halten mhm 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 mh mhm 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 ,, , ,, H doch hochlaufen ja wir können so ein bisschen richtung oben laufen vielleicht sind da ein paar gegner zum ach so ich habe kein ding dabei also ich habe kein schade obwohl wenn ich schon dabei ist da ist noch mal ein wagen ja gut ja doch ja das ist zwar jetzt ein weiter weg gegen die dann haben sie echt uns aufgegeben krasser war aber beide ja vielleicht haben sie gemerkt dass also das ist beide raus und das irritiert mich jetzt muss ich ein bisschen sagen hätte ich jetzt nicht gedacht dass das single und das doppelteam vielleicht sind sie sich nie begegnet was ich meine ja und dann haben sie nicht lang gesehen ja kommen die bauten liegt einfach nur so da dann gönne ich mir die bau und die wenn die ewig darin ist das so halt hochgesprintet hat die bauten gekriegt die anderen sind halt zufällig hinter dem her gelaufen aber war die schlechte davon aus dass vielleicht doch noch irgendwo jemand ja klar logisch also ein sniper wird und schon noch abnehmen kann ich mir auch vorstellen das ist ein welcher eiserner infanteristen das ist ich glaube das ist mit kimmel im korn und glaube ich schießt dass das dann ist glaube ich mich wohl ich fühle mich immer noch sehr und sicher ja ich habe mich auch so wunderlich sind es zu krass hinterher gelaufen nur plötzlich geben sie auch vor der rad ist schon ein bisschen kurios wo ist noch ein wagen wo ja kommen dann laufen sind habe ich noch platz ich hätte noch ein plötzlich noch zwei plätze hoch mit den zwei wäckchen oder ein wagen zwei waren kann ich mir nichts mehr looten gewillig grad wann wir die zwei sichten aufbauen ich habe nur noch eine ich auch also deswegen zwei mein herz ist schon gegangen im gefängnis und dann diese flucht und wenn du vor uns ist mir ich dachte ohne mit ich dachte selbst ist es vorbei als ich tot war nachdem du gesagt dass du hast ja so läuft eh alles schief bei dir ja ja das war es echt waren die zwei Leute was du das mach mir nicht so ne angst scheiße jetzt hab ich geguckt Mann ich hab meine Gesicht verschwendet oh ne oh shit wieso bist du hier reingelaufen aber du hast einmal rundum geschaut oder ne nur noch vorne es war ich war echt richtig dumm weiß ich nicht aber ja gut falls jemand schießt hast du ja noch eine na gut aber du hast ja nichts gesehen ist ja schon mal etwas ne also vor uns nicht scheiße ne ne ich schlechter nicht durch ne ich auch nicht ne ich auch nicht ja das ist mal ein vollgetroffen boah du warst grad so weit weg vom nahkampf gedacht da ist jemand anderes noch haben die eigentlich blutung schaden fett ist dynamitbündel ist nämlich mit glaube ich diese monster sind denn hier auf der fang halt da lag auch noch was springfield meisterschützer hier ist nichts hier oben wieso fühle ich mich noch so beobachtet da ist es kann ich ich möchte raus im ausgang das sehe ich uns das da wer schießt aber ich bin nicht unbedingt ob er doch zu heißen den wagen und dann schnell rum weiß nicht ich 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 weiß nicht du kannst ja jetzt gucken mal jetzt müsste man ja sehen hier im kompletten eck oder da bin ich nicht sicher ja das ist noch ein bisschen mehr in den körpern weil denke an letztes mal wo wir das allein am ausgang und dann ja ja stimmt das recht ich überlege gerade durch den kill solchen killen scheiß drauf ja die fette die macht schon das wäre jetzt gewesen schade ich hoffe dass es fallen lässt da ist auch Geld nochmal Geld nicht jetzt jetzt kommt der headshot durch das findest du so ich würde sagen jetzt kann man eigentlich raus ok da lang weil du wirst ausgang äh wo glaubst du hin zum ausgang kennst du dich einfach mal plötzlich nicht mehr ach so lol das auch noch mal ausgang so lol den ausgang habe ich gar nicht gesehen ich habe mal kurz echt ich finde mich interessiert ob wirklichen zwei solos mit der band heraus oder wie das ist ausgeschaltet oder der eine vom zweier team also 22 teams du wirst du das ist eine echte alleine ich habe mich hier ganz selbst in dieser der der prüftigen ich habe eigentlich noch mal zum wagen gehen können weil jetzt habe ich meine dünne mit verschmissen scheiße egal raus ist raus das war ich möchte das eine runde raus das war aber eine mega geile runde digga ja war echt geil ich habe auch wieder kipps gemacht und ich habe aufgenommen oh nice ich glaube die lade ich sogar hoch auch wenn das jetzt mit ohne ankündigung war und sowas und ohne großartig aber trotzdem die folge kommt auf youtube die werde ich hochladen weil ich fand die jetzt geil das war zwar nur eine probeaufnahme aber wenn die gut ist bleibt die auf YouTube und wird veröffentlicht weil die quali passt denke ich auch mal gucken ja ja nice geil ja ja wie actionreich diese folge war digga ja ich glaube wir hatten noch nie so ein actionreicher als handspieler eigentlich what the heck sechs ja ja cool fuck mit bounty und verbannt auch noch wir haben die ja noch verbannt und gekillt die bauen weil nicht mal geschickt oder sowas team genau das jetzt was er genau der hat echt sein leute genau der fischi lion war der typi sein partner war der im gefängnis genau ja genau der ist mit der bau und der solo raus und das andere zweier team dann was er noch das ist dann auch raus da hat man aber ein bisschen glück Leute waren zweier dabei das lol hast du ein glück das waren zwei ach das waren zwei oh mein gott hast du ein muzzle ne gut aber der eine war vier ja das stimmt der eine war vier den hast du gut weggeräuscht aber welcher als von beiden das wird mich jetzt enttäuscht dieser hat diesen jäger ausgeschaltet zweimal du hast den vierer zweimal ausgeschaltet welchen vierer den lu ne du hast diesen jäger ausgeschaltet nein ja das stimmt du hast zweimal gekillt den vierer dein teammitglied hat diesen jäger gekillt der lu hey wer war denn der lu wen hast du denn zweimal gekillt ich überleg gerade ich weiß es nicht du deine mit teamglied hat diesen moment 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 wer hat mich gekillt dieser jäger hat der lu dieser jäger hat dein hat deinen teammitglied gekillt dieser jäger aber ich bin ja nur einmal gestorben bist oder ne zweimal oder ne zweimal ne was das dieser team hat dich aus ne ne da doch zweimal dieser jäger hat dein teammitglied ausgeschaltet die lustige landmine und da ja genau Fetzi die lustige landmine genau der hat mich gekillt ne lu hast du dann waren die oben der muzzini und der ding das war das zweite team was uns abgefangen hat wo du beide gekillt hast geh ich davon aus ja ja ne 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 weil die lustige landmine hast du ja auch gekillt wie kann das so sein ne dieser jäger hat dich ausgeschalten und dein teammitglied hat diesen jäger getötet dieser jäger hat dein teammitglied ausgeschaltet achso also der hat mich gekillt achso ah ja 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 und dann hast du den hell headshot verpasst naja also die die das ist der die mich gekillt haben und die hast du beide mitgenommen also 4 und 3 das ist doch geil für dich oh und dann der team 2 du hast diesen jäger ausgeschaltet dieser jäger hat dein teammitglied ausgeschaltet du hast diesen jäger ausgeschaltet ja das war die im gefängnis naja genau das war ein team im gefängnis der ist dann mit dabei raus den wir angezündet haben team 3 du hast diesen jäger ausgeschaltet du dieser jäger hat dich ausgeschaltet zweimal und dein teammitglied hat diesen jäger getötet du hast diesen jäger getötet du hast diesen jäger getötet du hast diesen jäger getötet ich hab den zweier gekillt und du hast den zwei das war 100 pro der der wo wir uns gegenseitig getötet haben oder also da hat er dich davor schon mal gekillt da habe ich dich wiederbelebt und dann habt ihr euch gegenseitig getötet ne ich hab den anscheinend schon mal gehört du hast diesen jäger ausgeschaltet und minuten 3 21 ne achso stimmt du hast den vorgekillt ach das war der headshot der erste kill ah da hab ich doch einen headshot gemacht auf dem balkon ja und das war der aha und dann bin ich rein also das waren dann die ah dann hat er da wieder belebt ah ja dann waren das aber nicht die bei der bounty die ich gekillt hab oder was da waren andere in der bounty drin what the fuck blick ich gar nicht mehr durch weil dann steht eben ja 5 bei minuten 5 25 hat er mich gekillt und ich ihn also das war dann wo wir uns nochmal gegenseitig getötet haben und dann den den du gekillt hast der da einfach dumm reingelaufen ist wo wir uns schon gewundert haben warum der einfach so random in der was war das einfach da reingeht dann war das der 2 also dann okay ja hm Alter du musst ja erstmal durchblicken bei der ganzen scheiße aber krass mich wundert es dass wir jetzt nicht viel geworden sind einer von uns also zumindest du Belohnung erhalten Stacheldraht steuert überfalle zweimal okay warum Gott fehlt Modell 3 hab ich bekommen Alter ich hab kein Geld bekommen oder? Geld bekommen? wahrscheinlich hast du so eine Herausforderung abgeschlossen und ich hab da grad ne Pistole freigeschalten dadurch ah das kann sein ja ja stimmt hab ich aber ich hab kein Geld bekommen wurde sau wenig weil ich hatte 18.300 und jetzt hab ich wieder 18.300 mhm okay also kaum was ich hab 24 Punkte bekommen und ich bin Level 24 gewonnen also wir sind ordentlich gelevelt holy shit ja also ich hab glatt 17.000 nice nice scheiße feuerfest und blutarm feuerfest ich glaub auch ja ja doch ich beende mal kurz die Aufnahme und sag danke fürs zugucken und ähm bis zur nächsten Folge von Hans Showdown besucht uns bei Sons of Sephora nein schwa tschau